Applaus Vielen Dank für's Zuschauen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben nur zwei Stühle hier gehabt. Denn technische Umstände und Lieblichkeiten haben gestern dazu geführt, dass wir keine neue Majestät entwickeln konnten. Man konnte es hier auf der Leinwand verfolgen, wie oft wir auch den Vogel etwas verbariert haben. Das war für die Jahr 360 Kürze, sind auf dem Weg in Flügel schon verschossen worden, weil Vettel ohne Zug reichen. Es hat einfach nicht funktioniert. Da wir ja um 22.30 Uhr versuchen, eure Angekündigungen zu haben, habe ich das Schieße nach Papen gebrochen. Und wir haben keine neue Majestät, keine neue Majestät. Ja, was machen wir da wieder? Und siehe da, die Gemeinschaft und die Freude des letzten Jahres hat die Weihnacht zu belohnen, die Bruderschaft in allen Bereichen, die noch mal ein Jahr zu betreten. Bitte, die Gemeinschaft und die Freude des letzten Jahres. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 Mein Freilach, Presidents, tut es! Hurra! Tut es? Hurra! Tut es? Hurra! Ich bin dort, ein confirmedes Training von der Hauptmannschaft. Ich sage noch einmal im Namen der Bürgerschaft herzlichen Dank. Nehren für uns war es den Ernährungsansatz auf euch der Bestimmung. Ich danke Ernährungsansatz. Nehren für uns war es den Ernährungsansatz auf euch der Bestimmung. Ich danke Ernährungsansatz. Ich danke Ernährungsansansatz. Ich danke Ernährungsansansatz. Ich danke Ernährungsansansatz. Wenn ich mir das denke, was der Mond nicht sagen kann, sagen, schuldet auch an, in der Wand.